Ich hab einen angezündet, Lara hat alle angezündet. Oh mein Gott, es brennt! Warum brennt das? Wegen der Explosion? Ich weiß es nicht. Hier brennt irgendwo was? Ich könnte mich betäuschen, aber es könnte an der Explosion liegen. Ich glaube auch. Alter! Äh, nein. Wir hatten jetzt hier das Scan gemacht. Du. Ei, direkt in die Zone. Ja. Ist hier noch irgendwas, was ich in die Luft jagen kann? Na, nicht. Na, ich weiß nicht. Hier sieht das alles relativ unsprengbar aus. Ich hab halt alles angezündet. Hier sieht alles so relativ unsprengbar aus. Hui! Okay. Hey. Kommt ihr. Ich komme. Die Lara geh weg. Oh, hau, wo bin ich hin? Oh, hau, wo bin ich hin? Oh, Marc, direkt hinterher. Nein, Lara. Ich schieße dich ab. Ich schwöre. Ich schieße dich ab. Ah, das ist mir geholfen. Wartest du auch? Dieser intel tiefer. Hier so geht nach Henning Midlock dagen. Hier sind Gegner. Er ist ein gegner wo. Den Gegnerin. Hier kann ich nicht, ich sehe die Gott nicht. Dann Ihr bist ja auch noch weiter weg. Hier unten irgendwo. Einer ist hier. Ich bin dann. Ich bin da und hopping er Management dabei. gegeben aber nein lacher muss wieder abgestaubt sei froh wohin der daumen bis wenn ich da und bin aber hier ist ein bg hier sind zwei gegner markieren achten vierziger one shot block andere hinter stein die zehn eliminierungen die geldt die geldt die geldt die geldt mein gott so feinlich. Wo seid denn mal die Jungs? Da kommt eine zu Luca rasiert. Oh mein Gott, dieses Ding ist OP. Oh, da ist eine Krone. Die Krone und den Mitnebel mit. Wo ist denn das mitnehmen? Das sehe ich ja gar nicht. Nein, hinter dir. Nein, hinter dir. Was bringt dieser Tier 3 Sub? Der kostet mehr und du kriegst dadurch auch mehr Kanalpunkte. Als beim Trim Sub. Ihr redet alle den anderen, aber ich kann euch nicht alle gleichzeitig nicht verstehen. Gorn, wie viele Kanalpunkte kostet pro Monat mit dem Tier 3 Sub? Was pro Monat? Keine Ahnung. Da soll ich das ausrechnen. Je nachdem, wie viel ich gucke. Das ist ja auch immer dabei, wenn ich streame. Ich kann schon 24 Stunden auch immer gucken kann. Irgendwann mache ich mal 24 Stunden streamen würde. Wahrscheinlich vom 30. Dann schalte ich Gorn ins Internet aus und seine mobilen Daten. Dann kann man natürlich gucken. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Das schafft Gorn. Das schafft Gorn. Momentan auch schon alleine. Nicht jeden aus dem Gorn. Da habe ich ein persönliches Problem, man. Ich habe eine Mütze. Ich habe eine Mütze. Ich habe eine Mütze. Ich habe eine Mütze. Mütze. Der Mr. Bieskin. Hässlich. Ach du Scheiße. Ja, aber dieser Ding, die Modes. Die ist cool. Der Mini.. Mit der Geldkanone. Hilfe, 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 Hilfe. glaubt er hat irgendwie nicht mehr so viel lust oder liegt auch ein raus wie auch eins dieses gefühl sobald sich nicht in der runde finden sind da keine schütze drin wo noch mal hier los darum ich mache die burg weg ich habe die halbe buch ich habe die halbe buch weg gemacht was ist denn dieses rede da gäbe ich hallo ich mich nicht doch ich habe das ist einfach extrem leise luka man hört sich hallo leute hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es vieles von euren lieblingsstreamer und content creator t shirts tourenbeutel hoodies und vieles vieles mehr geht auf den link in der video beschreibung und holt euch eure produkte hier gibt es jede menge schaut es euch an und kauft fleißig ein mc rossi shop alles was ihr braucht